So, willkommen bei hier der zweiten Folge Fortnite Remix. Genau. Hallo. Hallo. Genau, erstmal putzen. Denk mal auch, jetzt erstmal sauber ins Spiel rein. Ja, sauber. Genau, jetzt machen wir uns hier das so angeschaut. Und, äh, schau mal, die nächsten Gebiete an. Keine Ahnung. Hey, natürlich. Mir kommt's doch grad. Klar hab ich mit Kuni gespielt. Wir, äh, in Sweetie Sands waren wir da immer. Ich glaub, Kuni und Socke hab ich da zusammengespielt. Kann sein, aber ich glaub nicht, dass ich da mit Kuni so mitgespielt hab, weil ich war ja da noch viel zu schlecht. Quatsch. Ich weiß nicht. Ich mein, hallo, ich hab erstmal da erkennen müssen, was du von mir willst. Wo du, äh, auf dem Boden warst und immer zu mir hingekrabbelt bist. Ah ja. Was will der Typ von mir? Was, was soll ich denn tun? Was will der Typ von mir? Sehr gut. Oh, Mann. Oh ja, das ist doch schon besser. Oh ja, das ist doch schon besser. Ich bin immer ziemlich sicher, dass ich da mit Kuni, also überhaupt, äh, nur mit keinem anderen gespielt hab. Ich glaub, du warst immer solo so unterwegs, gell? Ich war nur solo unterwegs, ja. Oh ja, jetzt sind die Einstellungen schon mal leicht veränder. Ich rocke mich mal vor. Davor war das ein bisschen ein Schmarrn. Das ist hier... Damit kann ich vielleicht besser was anfangen, Kling. Aber das zieht noch ein bisschen träge nach. Aber ich, ich muss mich mal wieder ranrobben. Ist alles irgendwie ein bisschen anders geworden. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Oh ja. Let's go. Einfach wieder runter. Okay. Ja. Da sind Berge... Was sind das für Kreise da unten? Ja, echt so. Was soll das sein? Es ist ein Geheimversteck. Oh, an die kann ich mich auch nur erinnern. An wen? Ja, diese Teile, wo man immer hin und her sliden kann hier. Ja, aber die aus Chapter 3 eher. Da kennen wir die voll. Da haben wir die übels genutzt. Ist auf jeden Fall cool. Ich meine, das ist generell Retail Row, ne? Ja. Kennen wir generell vor allem ziemlich doll aus Chapter 3. Dann war das hier schon dabei. Das ist ziemlich cool. Oh ja. Oh mein Gott, die Kamera. Ja, bin gespannt. Das könnte aber vielleicht wirklich jetzt feiner sein. For me. Okay, cool, das aber wieder zu sehen. Schönes Ding. Echt so. Das ist schon sehr schön. Oh ja. Ich habe wieder Kisten gefunden. Oh, das ist sehr merkwürdig alles. Ich habe einen. Das sah ja gar nicht hin. Wie ich bei dir bin, da warst du den schon voll weggenutzt. Aber einer ist, ist ein Mädel. Und wenn ich hier noch um. Na gut, dann komme ich vorbei. Es fühlt sich immer noch komisch an. Müsst mal gucken. Ist das cool oder was? Sag mal. Es ist super cool. Okay. Hey, das war ein Headshot. Kannst du vielleicht sterben auch mal instant oder so? Ah, wie cool. Echt. Boah. Hm. Ja. Nochmal Steps bei mir. Mal wieder. Hä? Hab ihn. Sehr gut. Oh ja. So nämlich. Hm. Aber ich vermisse die Einkaufsregen. Ja, warum sind denn die jetzt nicht dabei? Ja, was ist denn das für ein Schmarrn jetzt? Ja doch, sie ist besser. Lass das mal so. Yeah. Lazy Lake auch am Start. Was war das? Du hast ein Auto gefunden. Ich habe ein Auto gefunden. Mh. Crazy. Wow. Moment, es gibt wieder aufmodzbare Räder. Das ist ja geil, Lo. Das ist so, ja. Ach, ist deswegen das jetzt nicht customized? From Skin her. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Okay. Schau mal, wer sind die? Wir stehen doch hier. Was ist mit euch? Es ist ein Hai. Ei, ei, ei. Ein Hai? Oh jei. Was ist oh jei? Oh jei ist oh jei? Oh, das ist ja cool. Das habe ich auch gemacht. Hubschrauber. Hubschrauber. Was? Doch, natürlich. Da über uns ist ein Hubschrauber-Gegner. Oh, äh. Über uns. Ah, da. Oh. Äh. Den siehst du. Ach, der Heim. Ja, klar. Das ist schrecklich. Ach, komm schon. Eigentlich hinten aufs Getriebe schießen, dann explodiert der gleich. Oh, der will uns. Oh nein, das ist... Nachladenscheiße hier wieder. Das war schlau. Oh, hinter mir auch noch. Ja, fuck. Oh man, warum sind die so krass gut hier? Echt so? Ich glaube, das ist... Ja gut, das ist OG. Wahrscheinlich sind auch OG da. Ja, ja. Ach, scheiße. Ja, da können wir aber nochmal bereit machen. Zu spät. Zu spät. Ich bin schon zurück in die Abt. Das ist doch hier eine Banane. Hm, das ist auf jeden Fall eine Banane. Zumindest auf meinem Ladebildschirm. Ja, ja. Krass. Das Schali, der chillt da rum. Okay. Ja, auf jeden Fall halt noch mehr so. Ja. Aber du bist ja bei mir noch gar nicht in der Lobby doch jetzt. Okay. Hier. Haben wir eigentlich jemals schon mal eine Sturmphase überlebt jetzt? Das ist eine wirklich gute Frage. Hä? Wo ist denn der Sturm hin? Echt? Der Sturm war jetzt gefühlt nie unser Problem. Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass wir vom Sturm einmal wegrennen sind. Ja eben. Der war ja überhaupt... Warte, gibt's den noch? Sind die hier überhaupt richtig? Was sind die Spielerzonen eigentlich? 1,3 Millionen im Battle Royale jetzt. Ja, krass. Ja, ja. Da sind natürlich wieder die ganzen... Puzzleys und Ogila unterwegs. Die halt so wegrotzen alle. Die anderen Modi? Ach, das ist ja witzig. Äh, von Epic. Okay, dann halt nicht. Okay. Let's go. Wir werden alle sterben. Oh yeah. Oh, was geht ab? Oh ja. Oh, wie schön. Jetzt geht's nach Sweetie Sands dann. She. Für mich ist die She, ha? Hey, Frozone. Was geht denn ab hier wieder? Was machst du denn? Ja. Ja, bist du. Yeah. So. Und... Okay, ich hab schon mal die goldene Spitzhacke freigeschalten. Fantastisch. Was für ne Tasse? Hey. Was? Was ist... Was ist... ...jede Woche? Oh, an die Hütte kann ich mich auch erinnern. Ja. Oh, cool. Oha. Oha. Da sieht man aber auch erstmal wieder, wie viel in späteren Seasons und Chaptern einfach auch wieder aufgetaucht ist. Das ist wie Fanservice immer. Das stimmt, ja. Auch die Hütte ist schon öfters wieder da gewesen. Ja. Oh Gott. Hey, geht's dem Spiel noch gut, oder? Oh, ja. Schon cool. Also. Hört sich immer noch komisch an. Ist aber ein viel offeneres Gelände. Oh, ja. Da merkt man auch erstmal so richtig, wie viel Fortnite sich schon vom Design weiterentwickelt hat. Hm, das stimmt, ja. Komm da lang, schnell. Wir müssen hier runter. Okay. Oh, da freue ich mich jetzt, das wieder zu sehen. Los geht's. Sweaty Sands oder so. Oh, ja. Voll cool. Bin ich voll gern gelandet und so. Oh, ja. Oh, ja. Oh, Steps. Double. Hier. Oh, ja. Oh, Steps. Double. Oh, ja. Das nehmen wollen. Oh, ja. 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 Hmm. W-م-. Ja, okay. Kennst gar nicht hier, oder was? Oder wie, oder was? Buckte, das ist nix. Oh ja, jetzt hört es da vorne, sagt mir jetzt schon wieder was. Ja, ja, da vorne. Ja, ja, das sagt mir schon wieder was. Wenn man sich das so anschaut, sieht auch aus wie von L.A. einfach inspiriert. Ja, mit dem Pier und so, weißt schon. Das stimmt, ja. Aber so cool, ehrlich. Was ist denn das hier, das ist so ein Schmarrn. Was ist denn das hier? Ja, okay. Voll cool alles auf jeden Fall. Voll so. Oh, und dann ist da die Straße, ja. Oh, die Harpune gibt es auch wieder. Wen gibt es? Die Harpune. Achso. Ach nee, das will ich gar nicht. Ach, wie cool. Ah, voll so. Jetzt fühlt sich das an, als wären diese ganzen schrecklichen, schrecklichen Desaster Chapters niemals da gewesen. Ah, was du möchtest? Oh ja. Ja. Dann haben wir jetzt gewonnen. Komm. Ist das eine Fernsündung? Aha, aha. Komm, komm, wir müssen. Okay, okay. Ist das ein Taschenbunker? Wie geil. Nimm ihn mit. Taschenfestung hier. Das ist ja supi. Was ist denn mit dem Auto passiert? Ach, das ist ja Heile. Warum ist das da? Oh. Ist das ja auch. Oh, okay. 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 Auch komisch, ja. Warum nicht? Dann sollte Springs noch. Hm. Oh yeah. Ah, es ist schon so cool einfach, echt. Das ist so. Ach, wie schön. Die guten alten Zapfsäulen. Wo soll es sein? Ja. 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 Okay. Ja. In der Ski. In der Ski. Oh, so pleasant park. Hm. Und den kann ich mir auch noch erinnern, der ist auch immer super lustig gewesen. Ja. 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 Hia. Ja. Jaa. Ich hab's dir ja praktisch nur... Warte mal selbst gemessen. Ich hab damit gedacht ja, da illegal. Was? Die spuckt kleine Dinger, oder was? Ja, die spuckt einfach nur diese Dinger aus. Ja, das ist ja Müll. Nee, ich hab mal auch gedacht, das ist so eine Gun. Na gut, egal. Das ist ja scheiße, ne? Das ist ja scheiße, ne? Tu mal schießen auf die dummen Batze. Ey, wie das? Oh, ja. Oh, mein Medikid hätte ich gern wieder. Hallo, was ist los? Hallo, Entschuldigung? Was passiert denn hier gerade? Der wird jetzt auf jeden Fall... Ich möchte das nicht. Hä? Was soll das? Ich weiß gar nicht mehr, wie das gehört. Wann mal kurz... Was ist hier weeeeg? aber sollte so ich habe so ein stinky geworfen normalerweise habe ich das so in erinnerung dass das mir selber keinen schauen doch scheiße ich wollte es doch gar nicht anklicken jetzt ist nie wo ich bin ha verarscht wir müssen hier weg aber hey frenzy farmen auch wunderschön hier also er ist da drin der kleine sack kriegt er aber nicht da kann man damit schießen kriegt jetzt auch die schnauze hier da ist er weg zunehmlich gell hat es ja gar nicht verstanden der schlumpf ich weiß jetzt nur nicht wo ich dich heil nirgends wo mir nur mal frenzy farms oha das wird er jetzt einfach angeschaut das ist ja ein lustiger blum eminem warum warum eminem was war da los ich glaube eminem wollte gerade einfach nur einen song schreiben du hast ihn gestört ich glaube auch es hat den äh ziemlich inspiriert hier dieser lustige bootfight ich versuche dass ich die noch irgendwie hole aber ich glaube es wird krass das glaube ich auch ich meine es sind ja auch nur noch fünf also vier fünf vier okay fünf vier pfiffi deswegen weiß nicht ob das was wir da waren wird spannend auf jeden Fall es wird natürlich nix frenzy farm ist jetzt finale das ist ja großartig na da sind ja schon wieder welche schau ja wir sind ja vorher einfach nur durchgefahren das ist ja auch nix wir wollten das schon auch zeigen aha das kann überhaupt gar nicht ach scheiß verfickte snoop dog mythische das war halt ne mythische jetzt ja scheiße das ist so aber voll spannend ja schon schon immerhin platz vier jetzt mal schon mal na gut dann das war es jetzt aber hier hey und wir haben jetzt endlich auch mal sturmphasen krass aktiv mitbekommen echt so hey wahnsinn ich kriege ein mikrofon ach der musikpass natürlich man sammelt ja jetzt xp für jeden pass was halt ziemlich praktisch ist ja okay das ist so ja und die gold sense geilo und deine boom ach direkt schon wöchentliche gehen rein ey krass wir kriegen ja direkt voll viel das ist ja mega ja das ist schon geil das ist nicht schlecht das ist nicht schlecht okay krass dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder snoop dogs mythische war ein stichwort wir könnten ja mal zu snoop dog hin hin ge game blie also so rosen ha ok super cool aber ja doch aber im bauen geht es schon wieder sehr ab ich glaube wir probieren mal nächstes mal null bauen aus oder das stimmt ja kann man bis es ein bisschen chilliger ist ja bis hoffentlich ne ok tschüss bye bye